DUO-TV Schweiz, Schweiz. Was machen wir über die Schweiz? Die vier Landespartner sind Romansch, Plansch und Fansch. Komm mal klar, komm mal klar auf den Floh, ey. In der Schweiz gibt es sehr, sehr viele ältere Leute und deswegen haben sie auch die höchste Rate, nämlich 0,01 Prozent, was zwar jetzt nicht viel klingt, aber trotzdem das meiste ist, von Leuten, die über 100 Jahre alt sind. Das hat wahrscheinlich gesagt. Aber wir haben letztens die Behinderung von der Welt. Die ist geil. Okay, was rüber? Klügischer. Glücklicher. Ist das wahr und stimmen recht richtig? Ja, Stimm und wahr. Die Milchschokolade wurde... Und auch Schalki genannt. Schalki, 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 Schalki genannt. Die Milchschokolade, die wir so alle lieben und mögen, wurde 1876 von David Peter in der Schweiz gegründet. So. In der Sch... Oh, sind das viele Zahlen? Ich hasse Zahlen. 70, 208, 3024, 4000, 4634, 195, 322,7. Ja klar, kann man sich alles merken. Und zu... Oh, das ist ja auch nicht. Ich habe drei Wörter, die kann ich nicht lang sprechen. Ich habe nur mit dem Sch... Internationale, ich kann auch drei Wörter, die kann ich nicht. Falsch. Ich bin so langsam... Oh, ich spreche Schweizerdeutsch. Sag noch mal. Ja. Sein Gehirn arbeitet was langsamer heute. Ja! 34, nicht 36. 4634 Meter? 36. 36. Ich meine 490. Ist das nicht geil? 43, 8 ... 100, Lux? Ach, ah! Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahhuh . 8由li schreit... 8由li schreit... 10rells Schweizer Tagen! 10 air Avatar... 10 air Election bekommen. 8ヤ Connor Becker, 9 Tage. JŦCOWKOWKOWуKKAWK